Montag Was wie ein Märchen begann Nach 40 Jahren war ich jetzt alleine Jetzt hab ich dich Willst du mich heiraten? Wird endlich wahr Juhu, meine Huckekleid Milchbauer Josef und seine Naromol schließen den Bund fürs Leben Ich hab vergessen Ja sagen, schaffst du das noch? Will jetzt der Bräutigam seine Braut küssen Und wir sind dabei Bauer sind Frau Die Traumhochzeit von Josef und Naromol Montag bis 20.15 Uhr Heute Hier bleibt kein Auge trocken Das klingt aber spannend Habelkackeling Sie haben Glück, sie befinden sich in allerbesten Händen Der König der Comedy-Lang Schätze Jetzt hab ich die Schnauze vollgeteilt Nein, ich lasse mich nicht verarmen Man lacht nicht immer, ihr Biss Das Event Habelkackeling live Heute 22.30 Uhr Gleich Eva ist wieder im Geschäft Ich bin fortlaufend Ich möchte meinen Arzt aufschauen, dass er zu verklagen Doch die Sache hat einen Haken Das glaube ich nicht Was ist denn? Weißt du, wen ich verklagen soll? Braucht Doktor Lassner Wird Eva den Job übernehmen? Unter uns Gleich Dienstag Irgendwas stimmt hier nicht Da bin ich drin Sehr professionell Die Spezialisten für jeden Fall Um 20.15 Uhr CSI Miami Mord im Drogenmilieu Jedenfalls suchen wir einen Dealer Der hat die Waffe zurückgelassen Ohne Fingerabdrücke können wir nicht nachweisen, dass sie von ihm ist Sie haben Zeugen oder sie können ja nicht das Geringste Ich habe viele Möglichkeiten die Wahrheit zu finden Um 21.15 Uhr soll House einen CIA-Agenten retten Vor 5 Tagen wog er noch 84 Kilo und war bei bester Gesundheit Ich weiß was ihn vergiftet Glückwunsch Ich trinke nicht Er hat jemanden gekühlt Doch jeder zum Säufer Und um 22.15 Uhr verliert Monk sein Gedächtnis Alles okay bei Ihnen? Ich weiß es nicht Und seinen feinen Willen Kennen Sie diesen Mann? Klar kenne ich den Mann Er ist mein Ehemann Aber seine Fähigkeiten kann ihm keiner nehmen Sieht aus als hätte hier ein Kampf stattgefunden Die Spezialisten für jeden Fall Dienstag ab 20.15 Uhr Es sollte die Reise ihres Lebens werden Es wurde zum Kampf Ihr Leben Spüren Sie das? Irgendwas stimmt nicht Nein Ohne Warnung Ohne Gnade Und nur eine Chance Hey, wo fahrten Sie hin, nach oben Die Weißing Oh mein Gott Wenn wir hierbleib mal tricken wären Los Ihr wisst uns vereitert was das checkste ist Keine Angst, du schaffst das Ich hab einen Zugang gefunden Husaygon, nächsten Sonntag, 20.15 Uhr Mein RTL